Beeindruckend. So super. Also es war eigentlich alles toll. Wie im Raumschiff. Wie in einem Raumschiff. Aber was ich sagen muss, die Klinik allein macht's nicht. Was wirklich viel ausmacht hier ist das Personal. Die Freundlichkeit, das Lachen, das Zwanglose. Und man wird wirklich zu nichts hier gezwungen. Angst vor dem Zahnarzt. Keine Ahnung. Ich bin nie gegangen. Und hierher gekommen. Ich bin der glücklichste Mensch. Und wenn nicht jemand sagt, ich fliege gern oder ich gehe gern zum Zahnarzt. Die sagen alle, du hast einen Schuss. Du bist verrückt. Du bist verrückt, weil es gibt wirklich... Und alle Leute, die ich hier treffe. Und ich kann sie so schön überzeugen. Ich habe schon drei Leute hierher geschickt. Die letzte war erst letzte Woche da. Die Susanna Grieser. Und die ist jetzt heim geflogen. Und die ist so glücklich. Und deswegen muss schon was Gescheites hier sein. Ich war ganz überrascht, weil ich keine Ahnung gehabt habe, wie es dort aussieht. Und die Freundlichkeit und die Technik überwältigend. Ich glaube, das finde ich in Deutschland nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Deswegen bin ich hier sehr, sehr zufrieden. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Das ist ein tolles Hotel. Die Behandlung hier. Und besser geht es nicht. Dendert bleiben drei Wörter. Einfach, spitze, außergewöhnlich. Das ist ein tolles Hotel. Das ist ein tolles Hotel. Das ist ein tolles Hotel. Das ist ein tolles Hotel.